Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem Video, das in dieser Form, ich glaube, noch nie auf diesem Kanal stattgefunden hat oder hochgeladen wurde. Und zwar geht es um einen Reisevlog oder eben ein Reisetagebuch. Ihr kennt ja alle eSportl, wir haben schon ganz viele Gather drauf gespielt, ganz viele Matchmakings drauf gespielt, haben um Ränge und Elo gefeitet und wollen demnächst jetzt auch hier in die CS2-Geschichte einsteigen und uns den Rang erst necken. Und eSportl kenne ich persönlich sogar noch ein bisschen näher, noch ein bisschen besser, denn ich wurde dieses Jahr im Sommer eingeladen, mal vorbeizuschauen in der Zentrale in Schweden, in Stockholm. Und es war ultimativ geil, also ein Riesenerlebnis für mich. Und dieses Erlebnis habe ich festgehalten in Form von Bildern, einem Video, direkten Sprachaufnahmen bzw. Spracheingaben, was ich eben so erlebt habe, sofort aufgenommen, damit ich nichts vergesse. Und das möchte ich euch jetzt hier zeigen, in Form von diesem wahrscheinlich recht langen Reisevideo. Viel Spaß dabei, haut da rein, let's go! So, also Tag 1, frühmorgens aufstehen, natürlich sehr, sehr hart. Also gerade für mich sehr hart, weil ich ja überhaupt kein Frühaufsteher bin. Ich schlafe immer gerne ein bisschen länger in den Tag und konnte die Nacht davor logischerweise auch jetzt nicht so gut schlafen. Wir haben ja freitags gestreamt, nicht so extrem lang. Ich glaube, wir haben um halb zwölf oder so ausgemacht. Aber natürlich war ich sehr aufgeregt, also alleine schon wegen dem Flug. Das war jetzt der zweite Flug meines Lebens. Ich habe jetzt keine Flugangst, aber man ist ja trotzdem aufgeregt. Dieses ganze Toho-Wabohu am Flughafen, so viele Leute, die Sicherheitskontrollen und so weiter und so fort. Dann das Flugzeug an sich, das Fliegen und dann natürlich auch die Landung und am Zielflughafen dann da rumirren und sowas. Das waren alles so Dinge, vor denen habe ich großen Respekt und sicherlich auch so ein bisschen Sorge, dass halt irgendwas nicht klappt und dass es dann halt nicht so läuft, wie man gerne möchte und dann hin und her. Auf jeden Fall war die Nacht darum nicht wirklich erholsam. Das erste Bild zeigt direkt im Moment nach dem Aufwachen, da wusste ich dann, oh shit, jetzt geht's los. Ich war da im Moment dann noch alleine wach, die Mädels haben noch gepennt und ja, habe mich dann schon mal angefangen fertig zu machen, gepackt und sowas. Das war ja schon am Tag davor oder zwei Tage davor, habe ich bereits, oder haben meine Frau und ich bereits alles gepackt. Sie ist ja schon öfter geflogen und hat da einfach so besser alles im Blick, was man halt so braucht und sowas. An manche Dinge hätte ich gar nicht gedacht. Dann hat sie gemeint, natürlich nimmst du dieses und jenes noch mit und noch was extra zum Anziehen und pipapo. Und ja, das war alles fertig. Das macht dann natürlich auch Beruhigung aus, auf jeden Fall, wenn man da alles schon gepackt hat. Aber nichtsdestotrotz war ich natürlich trotzdem aufgeregt, denn jetzt ging es ja los. Also, soweit alles fertig gemacht. Dann sind die Mädels gegen sieben, glaube ich, aufgestanden und dann sind wir auch schon losgefahren. Die Fahrt zum Flughafen hin war ziemlich gemütlich. Am Flughafen selbst war dann ein bisschen mehr los, vor allem am Drop-Off-Punkt. Ich bin dann ziemlich weit vorne angehalten, ausgestiegen und dann war alles ein bisschen hektisch, also weil halt natürlich hinter uns auch eine riesige Schlange war. Wir standen zwar so, dass die Leute vorbeifahren können, aber viele wollten auch direkt vorne anhalten. Also bin ich vom Fahrersitz aufgestanden, habe meiner Tochter noch schnell hinten ein Küsschen gegeben, habe meinen Koffer geholt und da bin ich direkt rein und meine Frau ist dann auch hektisch an mir vorbei. Wir konnten uns dann gar nicht mehr einen Tschüss-Bussi geben. Das war dann ein bisschen blöd und sie hat mir dann später geschrieben, hey, ich bin einfach beim Rausfahren weitergefahren natürlich und der Drop-Off ist riesig und da wäre ganz, ganz viel Platz und auch Zeit gewesen, um sich ganz kurz Tschüss sagen zu können. Das wissen wir dann fürs nächste Mal, aber das war dann halt kurz ein bisschen hektisch. Dann war ich drin und habe dann auch das zweite Foto gemacht, wo ich vor dieser Tafel stand und dann war schon mal dieses erste Ding erledigt, zum Flughafen kommen in time. Ich war zwei Stunden vor meinem Boarding dort und ja, das war mir wichtig, dass ich da einfach genügend Zeit habe, um gut agieren zu können. Dann war der allererste Weg durch die Sicherheitsgeschichte natürlich. Ich habe davor kurz jemanden gefragt, weil ich sofort irgendwas nicht ganz gerafft habe mit Halle A oder A und B und ich wusste nicht, irgendwas habe ich nicht gerafft, aber ich war schon von Anfang an richtig gestanden. Das war gar kein Problem. Dann bin ich rein, Sicherheitsüberprüfung gemacht und natürlich wurde ich dann rausgewunken und nochmal kurz abgetastet, weil sie wohl gedacht, also irgendwas war komisch, aber war alles clean. Auch mein Gepäck wurde kurz rausgezogen und in die Extrasicherheit gebracht und ich stehe dann da und warte und ich sehe einfach nur, wie ein Beamter meinen Koffer nimmt, den so vor sich stellt und ich habe auch davor alles gesehen, also da hat noch niemand reingeschaut gehabt zu dem Zeitpunkt und er guckt so oft den Koffer drauf, den geschlossenen Koffer, guckt hoch zu mir und sagt, bitteschön und gib mir den Koffer und ich gehe weiter. Das war einfach nur ganz kurz so einmal, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich hat er mich angeguckt und gedacht, ah ja gut, der wird schon nichts haben und dann ging es eben weiter. Dann bin ich in diesen Doody-Free-Bereich gegangen und stand da vor dem ganzen Alkohol und dachte mir, holy shit, Alter, da ist wirklich viel Stuff, wenn man kaufen kann. Ja und dann war ich schon in dem Bereich bei den ganzen Gates halt und das Wichtigste war, dass ich erstmal zu meinem Gate gelaufen bin, weil ich auch sofort wissen wollte, wo muss ich hin in eineinhalb Stunden. Und als ich das wusste, bin ich dann einfach durch den gesamten Flughafen, also durch den Bereich, in dem ich halt sein durfte, bin ich dann so rumgeschlappt und habe mir eben alles angeguckt, ein paar Fotos gemacht, auch dann von unserem Flieger, mit dem ich dann schlussendlich geflogen wurde. Und ja, habe dann dort an der Bäckerei mir nochmal überteuert eine Brezel geholt und ein Wasser und davor das allererste Mal mit meiner Karte an so einem Süßigkeitenstand was gekauft, weil ich wusste ja in Schweden, werde ich nur mit der Karte bezahlen können oder sollen, weil die halt kein Bargeld mehr haben, also eigentlich. Ich hatte auch kein Bargeld dabei, ich hatte nur meine Karte dabei. Das hat sich ultra ekelhaft angefühlt, weil das das erste Mal in meinem Leben war, dass ich mit Karte halt rum bin. Ich habe sonst immer Geld dabei und ohne Geld fühlt es sich echt dämlich an irgendwie. Da fühlt man sich richtig nackt. Und hinzu kommt, habe ich mir auch feste vorgenommen, alleine schon, dass ich halt weniger Gepäck habe, dass ich es einfacher habe, dass ich in meine Handyhülle, ihr wisst ja, ich habe Rentner-Style schon immer gerne die Club-Handyhüllen, wo das Handy richtig schön drin ist. Und da sind ja meist drei Fächer, da habe ich dann meinen Perso drin gehabt und die Bankkarte und noch irgendwas, ich habe die Versichertenkarte. Und ja gut, doch, ich hatte da, ich hatte da glaube ich 50 Euro reingestopft noch in das Case. Und beim Ersatz-Handy, da komme ich auch gleich noch dazu, auch nochmal irgendwie 30 Euro reingestopft für alle Fälle. Aber so an und für sich habe ich meinen Geldbeutel nicht dabei gehabt. Nur diese beiden Handys mit dem Bargeld, das ich ja eigentlich gar nicht gebrauchen konnte, und eben meinen Karten. Das hat sich ganz merkwürdig angefühlt, weil sonst habe ich immer meinen Geldbeutel dabei. Und der ist halt auch, der gibt so eine gewisse Sicherheit. Der ist recht fett auch, also weil ich da so viele Münzen drin habe halt. Und ja, der war halt dann nicht da, hat sich komisch angefühlt. Nun ja, back to story. Ich habe mich dann noch dort verpflegt und habe dann nochmal kurz nachgefragt, hey, kann ich jetzt eigentlich diese Flasche, die ich hier gekauft habe, mit reinnehmen? Weil ich dachte eigentlich nicht, aber man, natürlich, natürlich dürfen sie das. Also ich habe nicht gesagt, ich dachte eigentlich nicht, habe einfach nur gefragt, hey, kann ich die mit reinnehmen? Bing bong. Aber das wurde mir danach dann auch direkt klar, nach der Frage, ich bin ja jetzt schon durch die Sicherheit durch. Natürlich kann ich dann die Flaschen, die ich am Airport kaufe, die darf ich ja logischerweise auch mit ins Flugzeug nehmen, da ist ja nichts mit. Ja, mit dem Handy hat das Folgendes auf sich. Dieses Handy ist ja, also das Haupthandy, ist ja meine Verbindungsquelle zu allem. Ich bin ja dann in einem Land ganz woanders, andere Sprache und vor allem halt dennoch Busse und Bahnen, auf die ich zugreifen muss. Und wo ich auch gucken muss, was fährt wann und li rum, larum. Und da ist natürlich das Handy ganz, ganz wichtig. Und der allerwichtigste Punkt war natürlich, um mir gegebenenfalls Hilfe rufen zu können, beziehungsweise um mit Teams da zu telefonieren. Denn er hat ja den Plan in der Tasche, wenn ich irgendwo gestrandet wäre, hätte ich ihm sagen können, hey, ich stehe hier und dort, kannst du mich irgendwie abholen. Dann wäre das sicherlich gegangen, obwohl ich wusste, es läuft, also es läuft nicht darauf hinaus. Aber man weiß ja nie. Und weil ich eben nur ein Handy dabei gehabt hätte, auch wenn das mein neues war und die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, extrem gering ist, dachte ich mir, ich nehme Vorsicht selber ein zweites mit, auch mit seiner Nummer drin und anderen wichtigen Nummern, nur für alle Fälle. Weil ich einfach bei sowas halt lieber auf Nummer sicher gehe. So, Dille. Als es dann kurz vor Boarding war, gab es noch eine Durchsage, man kann kostenlos Gepäck aufgeben, wenn man möchte, weil die Maschine komplett vollgeschissen ist mit Leuten und das Handgepäck möglicherweise nicht ausreicht. Darum kann man, wenn man vor allem was Großes hat, sich gerne melden. Dann bin ich halt vor zum Counter und habe gesagt, ey, ist das hier groß? Und sie haben gesagt, ja, komm, packen Sie das gerne rein. Dann ist einfach weniger in der Kabine, das ist gut. Und dann nimmt sie mich zur Seite und sagt, machen Sie da bitte noch alle Elektrogeräte raus, falls wir hatten. Und dann dachte ich, fuck, ich hätte es gar nicht aufgeben sollen, das Teil, weil ich halt noch meinen Akku dabei hatte, meinen Ladeakku. Ihr wisst schon, so eine Powerbank. Und noch meinen Kindle. Und ich hatte sonst nichts, also nichts anderes an Gepäck. Keine Tasche oder einen Rucksack oder irgendwas. Zum Glück waren meine Jeans, die ich da anhatte, groß genug, dass ich das Kindle komplett, oder den Kindle komplett, einfach einstecken konnte, links in die Tasche. Dann obendrauf noch die Taschentücher, die ich noch sowieso mit dabei hatte, für alle Fälle, weil ich dann noch ein bisschen Trotz hatte. Und die In-Ears und die Schachtel eben davon. Also meine Taschen waren komplett wie so Biberbacken voll. Als ich dann in das Flugzeug rein bin. Davon habe ich auch noch ein Foto gemacht beim Boarding, als es dann halt durch diesen Gang durchging. Und dann saß ich ganz am Ende auf meinem Platz. Ich hatte einen Gangplatz auf dem Hinflug. Und neben mir saß ein Rentnerehepaar. Ultragemütlich, sehr freundlich und vor allem die ganze Zeit leise. Also sie wollten auch nicht aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Das war einfach bequem. Weil ich ja meine Tasche und alles weggegeben hatte, habe ich mich gar nicht bemüht, oben an diese Fächer zu kommen oder irgendwas reinzumachen. Ich hatte halt meine Jacken dabei. Also ich hatte noch eine... Nee, ich saß sogar nur im T-Shirt, genau. Im Flugzeug, habe mich totgeschwitzt wie ein Ochse. Ich hatte riesige Salzränder. Ich glaube, davon habe ich auch ein Foto gemacht. Dann da, weil ich so krass geschwitzt habe. Deswegen lag meine fette Jacke und die normale Sweatshirtjacke, die lagen dann beide auf dem Boden. Und ich habe sie halt oben nicht mehr reingemacht, auch nicht mehr reinbekommen. Also ich habe gesehen, dass alles komplett voll war, was ich von meinem Platz eben sehen konnte. Der Start verlief ziemlich gemütlich. Die Frau, die neben mir saß, ich glaube, die ist zum ersten Mal geflogen. Die hatte ein bisschen Schiss. Das hat mir gleichzeitig die Aufregung aber auch genommen. Weil man einfach dann, ich weiß auch nicht, man versucht dann wohl auch einfach beruhigend zu wirken auf die Person, die Angst hat. Und dadurch ist man selbst irgendwie beruhigt. Und ja, der Start war alles chillig. Dann gab es noch ein Wasserflächtchen und so eine Schokolade. Und ja, dann sind wir da durchgerödelt. Wir sind zwei Stunden geflogen und sind dann in Stockholm am, wie heißt der, Alanda Flughafen gelandet. Die Landung war für meinen Geschmack etwas arg lang und eklig. Also es hat irgendwie gefühlt, sind wir ewig, ewig, ewig gelandet. Und die ganze Zeit war dieses ekelhafte Gefühl. Also es ist immer wieder runtergegangen, aber sehr schnell und dann wieder kurz hoch und dann krasse Kurven geflogen. Also ich nehme an, da war auch irgendwas. Der musste vielleicht ein paar Mal noch drehen oder im Kreis fliegen, bevor wir dann schlussendlich landen konnten. Aber war jetzt auch nicht weiter schlimm. Dort dann angekommen, bin ich runter zum Kofferkarussell. Denn ich hatte meinen Koffer ja jetzt dann aufgegeben, musste den erstmal abholen. Wollte dann noch kurz pischern gehen und das war so dämlich. Da waren zwei Toiletten, eine für Frauen, eine für Männer. Und ich habe mich angestellt und habe ungefähr fünf Minuten gewartet. Die Person vor mir, die kam auch nicht ran, die Männer vor mir, weil die Tür wurde nie aufgemacht. Bei den Frauen war ein reger Verkehr, bei uns nicht. Dann bin ich weggegangen, habe erstmal auf meinen Koffer gewartet. Und als ich ihn hatte, habe ich mich wieder angestellt und hatte aber keinen Blick mehr drauf gehabt. Aber scheinbar kam niemand. Also ich sage mal so, ich löse es direkt auf. Scheinbar war das einfach zu, die Toilette. Man hat sich davor gestellt und, keine Ahnung, hat er insgesamt zehn, 15 Minuten gewartet, aber es ist nichts passiert. Dann bin ich ein Stück weitergegangen und dann war da so eine riesige Toilette mit ganz, ganz vielen Kabinen, die man rein konnte. Das war dann überhaupt gar kein Problem und da war niemand drin. Aber ja, ich wollte halt da vorne und das war wohl zu, das Time. So, dann ging es schon an die Navigation dort vor Ort und ich wusste ja leider, dass genau an dem Tag, vor drei Tagen, Einzug an diesem Alanda Express irgendwie entgleist ist und halt einiges kaputt gemacht hat. Und es hieß, das ist noch lange nicht fertig und deswegen fährt er nicht. Und das war sehr blöd, denn dieser Alanda Express fährt direkt vom Flughafen, im Flughafen aus, los und überall an jeder zweiten Kreuzung oder wenn irgendwelche Treppen da waren, standen diese Alanda Frauen. Trotz alledem standen die auch da. Die standen vor den Automaten, die halt geschlossen waren, um einem zu sagen, dass die Automaten geschlossen sind. Ist auch irgendwie krass. So Mitarbeiter-Erführungstechnik, man stellt da Leute ab, die einfach da stehen und sagen, hallo, es geht nicht, tschüss. Naja, und extrem krass vertreten und dadurch wäre es ganz einfach gewesen, an die einzelnen Locations zu fahren, beziehungsweise nach Stockholm City und von dort kann man problemlos dann mit den Commuterbahnen, also mit den Pendelbahnen, dann in alle Richtungen fahren. Das ist übrigens Wissen, das ich dann erst dort erlangt habe, außer das vom Alanda Express. Ich wusste, dass das eine gute Möglichkeit gewesen wäre und ich wusste, dass sie aber gerade nicht zur Verfügung steht. So, jetzt bin ich halt dann einfach auf eigene Faust da rumgeschlappt und Thiebster meinte, hey, komm einfach nach Stockholm Mitte, beziehungsweise ich habe gesagt, ich muss erst ins Hotel. Ich bin komplett nass geschwitzt, ich bin komplett am Ende. Ich muss ins Hotel und einmal geschwind duschen, mich umziehen. Ich war einfach fertig. Und da hat er gemeint, ja, läuft dann, fahr ja erst zum Hotel und dann komm schon nachts zu uns. Und ja, ich war insgesamt, ich glaube, eine Dreiviertelstunde am Flughafen, also nachdem ich meinen Koffer bereits hatte und auch aus der Sicherheitszone raus war, ab dann ungefähr 45 Minuten dort davor und da drin unterwegs, um nach einem Weg zu suchen, wie ich in diese verschissene Stockholm City komme. Das war ein bisschen blöd, denn es waren natürlich die Taxen und so weiter, die standen da, aber ich wollte da nicht mit dem Taxi fahren, das ist ja schweineteuer. Ich glaube, Thiebster meinte, es kostet irgendwie mit dem Taxi oder mit dem, ja doch mit dem Taxi irgendwie 50 oder 60 Euro, um da halt hinzufahren. Und das wollte ich auf keinen Fall ausgeben. Der Alanda Express hätte übrigens, ich glaube, 15 Euro gekostet, das hätte 20 Minuten gedauert nach Stockholm City. Und ja, mit den Bimmelbahnen und so weiter dauert es halt deutlich länger, so 50 Minuten bis dorthin. Und ich bin dann draußen rum, habe mir die ganzen Busse angeschaut, alles natürlich auf Schwedisch, die kleinen Automaten, die direkt bei den Bussen standen für die Tickets, auch nur auf Schwedisch und auch keine Möglichkeit, die irgendwie umzuschalten, habe ich zumindest keine gesehen, um auf Englisch oder sowas zu gehen. Es war direkt in diesem Kaufmenü. Drinnen im Flughafen selbst, ich bin immer wieder zurückgelaufen, waren zwei Automaten und davon ging einer nicht. Und der andere, da konnte man auf Englisch und sogar auf Deutsch umstellen. Aber der hat nun ganz spezielle Routen oder ganz spezielle, nicht Routen, sondern Busunternehmen wurden dort unterstützt. Irgendwie Flixbus war mit dabei und noch irgendwas. Und da war dann in der ersten Übersicht, waren halt die Ziele und da war auch nichts mit Stockholm City. Das war ganz merkwürdig, ich bin mir sicher, dass ich damit irgendwie hätte fahren können. Aber ich wollte halt einfach einen normalen Bus einfach nehmen, weil das sind doch normale Busse abgefahren. Und dann habe ich rumgerödelt und umgerödelt, habe dann kurz Deepset geschrieben, habe ihn gefragt, wie er eigentlich nach Stockholm reingekommen ist. Und er meinte, ja, er ist mit dem Bus gefahren. Mit der 453 oder was weiß ich, keine Ahnung, oder 843, irgendeine Nummer halt. Und da bin ich dann mal kurz in den Flughafen rein, habe halt gesagt, hey, ich will nach Stockholm City, wie geht denn das hier am besten? Was können Sie mir empfehlen? Weil ich auch wusste, da fährt doch von irgendwo eine Bahn. Und ja, da hat er gemeint, ich soll einfach mit dem Bus zur nächsten Bahnstation fahren. Also genauso, dass ich ausgedrückt zur nächsten Bahnstation fahren, dann ist alles gut. Ich so, okay, danke. Und dann habe ich nochmal an einem anderen Schalter gefragt und dann haben sie mir gesagt, ich soll zur Mare Star Station fahren. Und dann habe ich zumindest schon mal so ein Ziel gehabt und bin halt dann raus. Und da war dann tatsächlich, in dem Moment, als ich rauslaufe, fährt gerade der Bus rein, mit derselben Nummer, die mir Deepset auch angedreht hat. Und da stand auch drauf, dass der nach zur Mare Star Station fährt. Also bin ich hingerannt und habe kurz gewartet und habe geschaut, wie gehen die Leute rein. Also wie bezahlen die, weil ich ja gar kein Ticket oder irgendwas hatte. Und ich habe gesehen, dass sie reingehen und da ist einfach nur so ein Scanner, da halten die ihr Handy drauf oder eine Karte, verschiedene Karten. Das eine hat man ganz klar erkannt, das muss so ein Monatsticket gewesen sein. Und andere haben aber auch eindeutig mit ihren Kreditkarten so drüber und sind reingelaufen. Und ich denke, okay, ich habe meine Billo-Sparkassenkarte jetzt hier dabei. Mal gucken, was ich jetzt hier mache. Wie ich da jetzt rumkomme. Also bin ich dann ganz ans Letzte rein, weil ich ja schon mit Problemen gerechnet habe. Ich halte die Karte hin. Bup, bup. Geht nicht. Rot. Wenn ich gucke ihn an und habe es dann nochmal versucht. Und dann wollte ich halt schon aussteigen. Und er hat dann auf Schwedisch gefragt, was scheinbar was los ist. Ich habe halt auf Englisch geantwortet, dass es wohl nicht geht, dass meine Karte nicht funktioniert hier in dem Bus. Und er hat dann nur gemeint, ja okay, steig einfach rein, ist egal, du kannst ja später bezahlen. Und ich denke, okay, was heißt jetzt später bezahlen? Und bin halt dann eingestiegen und bin gefahren zu dieser Master Station. Und da hat sich dann bereits herausgestellt, was er damit gemeint hat. Und zwar bin ich in diese Station rein und da hat sich dann schon gezeigt, dass das bei denen eigentlich insgesamt sehr, sehr einfach ist. Also du kommst in diese Stationen oder Bereiche, die den öffentlichen Bereich von der Bahn separieren und sobald du durch das Drehkreuz durch bist, und da kannst du auch einfach wieder mit Kontakt oder so kontaktlos meine ich bezahlen, so bup, bup, und dann kannst du durch das Drehkreuz halt durchlaufen. Ab dem Punkt hast du bezahlt und bist auf dem Bahngelände, davor geht es halt nicht. Und weil aber auch dort meine Karte nicht funktioniert hat, bin ich an den Schalter. Also es ist immer ein Schalter, wo halt ein Mensch sitzt mit einem eigenen Drehkreuz. Und da kannst du dann auch dein Ticket kaufen, so noch auf alte Art und Weise. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich will hier hin. Das ist mein Ziel, zu diesem Hotel. Mit welchen Bahnlinien muss ich fahren und was kostet das? Und der hat mich so ganz entgeistert angeschaut schon und hat gemeint, bis dahin, okay, kostet so und so viel Kronen halt. Und dann habe ich gesagt, let's go. Ich habe dann bezahlt und da konnte ich endlich bezahlen. Das hat sich herausgestellt, ich nehme an, das habe ich irgendwann mal so eingestellt vor Jahren, dass ich so ein Zahlenpad brauche, um meinen PIN eingeben zu können. Also ich kann meine Karte nur mit PIN-Eingabe benutzen. Ich kann nicht einfach kontaktlos irgendwo durchlaufen, bup bup, sondern ich muss an diese normalen Lesegeräte. Und dann hat er mir nochmal gesagt, mit welchen Nummern ich fahren muss. Und dann bin ich ans Gleis und habe einfach gewartet und habe dann direkt noch gedacht, er sagt, ich soll mit der 40 fahren, nicht mit der 41 oder 42. Aber ich habe mir den Planer geschaut von den gleich abfahrenden Zügen und da war gar nichts mit 40 oder 41 irgendwas. Es kam einfach ein Zug rein an dem Gleis, das er mir angesagt hat. Dann bin ich eingeschickt, das war ein ultra schicker Zug. Also so mit Soiletzchen an den Kopf lehnen und Steckdosen und Tischen und so weiter und so fort, so Hardcore-First-Class-Ding. Und ich stehe da drin und denke, oh mein Gott, das ist doch nie im Leben das Ticket, das ich geholt habe. Ich habe einfach nur so eine Quittung gehabt. Das geht doch nicht hier. Aber egal, ich bin dann rein und habe dann dort einfach zwei Mitfahrende gefragt, ob der nach Stockholm City fährt. Und die haben kurz überlegt und haben dann gesagt, ja, ja, Stockholm City, genau. Und da habe ich mich hingehockt und bin da hingedüst. Und natürlich, die Fahrt hat ungefähr, ich glaube, 10 Minuten gedauert oder so. und dann kommt natürlich in den Kontrolleur und spricht mich halt auf Schwedisch an und ich sage, dass ich das Ticket hier habe. Das habe ich mir in der Master Station geholt und ich möchte nach Stockholm City und von dort ans Hotel. Und er hat nur kurz so komisch geguckt und hat auch nicht den Scanner rausgeholt und ist einfach dann weitergelaufen. Er hat nichts mehr gesagt. Ich dachte, scheiße, fahre ich ja falsch? Fahre ich jetzt schwarz oder was? Aber es war wohl alles gut. Und der Zug ist durchgeschossen. Also wie gesagt, mit den Bimmelbahnen hat es 50 Minuten gedauert, 50 und mit dem Alanda Express 20 und mit dem Teil nur 10, weil der einfach von der Master Station ohne Halt bis nach Stockholm City durchgefahren ist. Und dort bin ich dann ausgestiegen. Ich habe während der Fahrt dann kurz mein Handy geladen. Dort bin ich dann ausgestiegen und bin halt dann durch diesen Bahnhof gelaufen. Der war recht groß. Also für meine Verhältnisse, wenn man vom Land, vom Dorf oder von Kleinstädten kommt, war das schon recht viel. Und ich bin durchgelaufen, habe gesucht. Ich habe diese scheiß 40er Züge gesucht, weil es gibt eben dann dort vor Ort die 40, 41 und 42, ich glaube 43 und die fahren da überall hin. Überall, wo ich hin muss. Und ich schlappe da durch und kam irgendwann raus zu den Bussen, laufe wieder rein, denke, nein, das ist falsch. Und dann sehe ich es irgendwann Commuter Trains, also die Pendelzüge und denke, ja, genau das ist es. Und ab dann habe ich auch langsam begriffen, wie halt deren System funktioniert, weil da war auch wieder der öffentliche Bereich und dann kamen die Drehkreuze und ab dem Moment, wenn du hinterm Drehkreuz warst, konntest du halt ballern. Da ich nicht durch Drehkreuz konnte mit meiner Karte, musste ich halt wieder ganz rechts oder ganz links an die Station, wo der Mensch sitzt und habe dann aber nach wie vor noch sehr umständlich gesagt, wohin ich will. Und die haben immer kurz so entgeistert geschaut und nichts gesagt, einfach das Kartenlesegerät hingeschoben, bup, bup. Und ja, und dann mir das Ding aufgemacht nach dem Bezahlen. Ich habe dann langsam gerafft, dass ab dem Punkt kostet es immer dasselbe. Also du sagst nicht, wohin du willst, sondern sagst einfach one ticket please und dann zahlst du deine drei, dreißig Kronen, also ungefähr drei Euro und wirst reingelassen und das war's und dann kannst du dieses System benutzen, egal wo du hinfährst und das geht dann, glaube ich, 30 Minuten oder eine Stunde sogar, kannst du halt da rumgurken und zahlst drei Euro. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr krass. Es ist echt gut gemacht. Da bin ich zum Hotel gefahren, dann kommt leider erst das nächste Bild, weil diese Strecke zwischen Flugzeug, Flughafen und Hotel, es hat sehr, sehr lange gedauert und ich war absolut abgekämpft, weil ich halt, ich wusste, ich habe ja noch ein Event im Nacken, ich will jetzt, ich muss ja pünktlich kommen und ich kann nicht tausend Jahre da rumirren. Da war ich sehr, 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 sehr abgenervt und abgekämpft und da habe ich leider kein, also nicht viele Möglichkeiten gefunden, Fotos zu machen, weil ich einfach nur halt ans Ziel kommen wollte. Das war dann das Hotel, jetzt haben wir das nächste Bild vom Hotel, ein richtig, richtig schönes Teil und ja, ich habe kurz davor gestanden, versucht zu akklimatisieren und bin dann rein. Drinnen habe ich dann gesagt, wer ich bin, dass es ein Zimmer für mich gibt, das müsste von eSportal gemietet sein, beziehungsweise von dem CEO, der mir da angegeben wurde, Teams hat mir dann noch die Reservierungsbestätigung und sowas geschickt, war aber alles im Lot. Die haben direkt gemeint, ah ja, sehr gut, schön, dass ihr da seid, hier ist die Karte, einfach hochtuckern. Ich war übrigens im 14. Stock, das war insane und was noch inszener war, waren die Fahrstühle. Ich habe den Fahrstuhl kurz nicht gerafft, aber du musstest im Endeffekt deine Karte hinhalten, dann ging der Fahrstuhl, dann hast du dein Zielfloor eingestellt und dann Karte weg und dann ist er losgefahren. Das habe ich am Anfang nicht direkt gerafft und das Zettelchen oder vielmehr das Eingravierte im Metall, wo steht, wie das funktioniert, siehst du nur, wenn du kleiner bist. Wenn du, ich bin 1,85, dafür war ich zu groß, um das zu sehen, weil das so niedrig war und das Licht das auch weggespiegelt hat. Du musstest dich wirklich runterbücken und dann konntest du die Schrift lesen. Ich war auf meinem Zimmer angekommen, da folgen dann auch die nächsten Bilder, war ich dann sehr, sehr zufrieden, dass das alles geklappt hat und ich weiß gerade gar nicht, ob ich dann geduscht habe oder einfach nur kurz, ich glaube, ich habe mich nur kurz in den Arm rausgewaschen und mich umgezogen, halt frisch angezogen und nochmal kurz die Haare gefixt. Das ist eins der wenigen Male in meinem Leben, wo dann die Haare so ein bisschen zurecht gemacht waren und habe nochmal kurz für euch hier den Ausblick nach draußen fotografiert und bin dann wieder los. Denn ich hatte ja das Date mit E-Sportel und den ganzen Leuten da aus der Inferno Online Geschichte. Also bin ich losgeballert und ab dem Punkt wusste ich schon ganz gut, wie ich halt fahren muss. Das war nur ein Zug und nur drei oder vier Stationen, also es ging sehr, sehr schnell. Es hat ein paar Minuten gedauert. Ich habe dann hier noch ein Foto gemacht von den Rolltreppen. Es war so insane, wie tief das ist. Wie gesagt, ich bin die Unschuld vom Land, ich kenne das alles nicht und du stehst da auf diesen Rolltreppen fest ewig lange in die Tiefe und nicht nur eine so eine Rolltreppe, wie hier zu sehen, sondern drei. Also du bist ultimativ tief da unten drin. Ja, dann bin ich die paar Stationen gefahren nach Oden, Odenlan nennt sich es glaube ich dort, oder nee, Odenplan, Odenplan. Und wenn man da aussteigt, ist man innerhalb von zwei Minuten nur von einer Minute an die Inferno Online-Position gelaufen und da stand Diebs da dran. Und er stand direkt vorne dran und das war halt dann schon nice. Also das ist so, ich habe jetzt schon ein paar Mal in meinem Leben Leute so aus der Online-Szene, aus dem Internet getroffen. Aber ja, mit ihm habe ich jetzt halt auch schon viel zu tun gehabt, nur durch unsere ganzen Events und hin und her, durch die Turniere und auch einfach die Kommunikation über E-Sportle. Und da stand er dann da, ein Riesenkerl und ja, haben wir schon oft gehört, ich habe auch ein Bild von ihm schon im Vorfeld gehabt, dass ich ihn erkenne, ja, ultra cool, ultra, ultra cool, richtig nett und wir haben uns kurz so begrüßt, Hand gegeben, und ich gucke so an ihm hoch und sage, Alter, bist du riesig, das ist irgendwie zwei Meter zehn oder sowas, ein Riesen, Riesen, Riesenkerl. Ja, und dann sind wir reingeschlappt und dann ging es los und hat er mir da die Leute vorgestellt und das war Wahnsinn. Also das Krasseste dort, das wirklich Krasseste war, dass wildfremde Menschen auf mich zukommen, also die für mich wildfremd sind, vor allem halt vom Aussehen her, ich meine, die Leute wissen ja, wie ich aussehe, aber ich ja nicht, wie die Zuschauer aussehen und die ganzen Partner, die da noch sonst mit dabei sind bei solchen Partnerschaften eben und E-Sportle ist ein Riesen, Riesenverein und da kamen dann ganz viele Norweger, Schweden und Finder auf mich zu und klopfen einem so auf die Schulter, geben einem die Hand oder nehmen einem sogar in den Arm und sagen, ey, Bubbler und freuen sich, dass ich da bin und berichten halt, dass sie die Stream schon gesehen haben und das ist schön jetzt, dass ich es gepackt habe, dass ich überhaupt gekommen bin und hin und her und ach, einfach toll, dass man sich sieht und ich war einfach baff von dieser Gastfreundschaft und von dieser Freude, dass ich Furz da vor Ort bin. Wahnsinn, das war wirklich, wirklich überwältigend und nach der ganzen Begrüßung hat mich Tiepster dann durchgeführt und das ist dieses, dieses Inferno Online ist wie gesagt, ich meine, sie haben sogar gesagt, das größte Internetcafé der Welt, sie haben da 700 PCs stehen und ganz viele Konsolen und Fernseher und alles mögliche, ganz viele Bereiche, es war riesig, wirklich riesig, riesig, riesig und ich habe den Nippraum gesehen und bin hingeschlappt, habe die Fotos gemacht und sowas und ich meine, dass da dann auch jemand da gerade rumgesessen ist und da irgendwas auch eventmäßiges noch unterwegs war, ich bin halt leider nicht so extrem in der Szene aktiv, das wisst ihr ja, als dass ich die Leute erkennen würde, aber ja, war eben dort auch, habe ein paar Fotos gemacht und eben einfach mal kurz in die Runde Hallo gesagt, ja, das war wirklich überwältigend, also dieses Aufgebot auch an Technik und allem drum und dran, was da war, absolut krass und dann haben sie mir den Streamerraum gezeigt, davon habe ich auch ein paar Bilder gemacht und ihr habt ihn ja auch live gesehen und da waren doch nicht alles ready, da wurde dann direkt der Techniker gerufen, dass er doch dann bitte alles schon mal vorbereiten soll, dann haben wir Essen bestellt, da haben wir die Burger geholt, ich habe einen Trüffel Burger gegessen mit Pommes und so einer richtig geilen Chipotle, irgendwas so, das war absolut insane und habe da die ganze Zeit die, ja gut, im Red Bull Raum habe ich Red Bull getrunken und Red Bull Cola oder sowas, aber davor habe ich noch so andere Geschichten, was waren das, auf Fanta oder Cola irgendwas, also für mich war es ja sowieso offen, ich konnte da essen und trinken, so wie ich wollte, ja, einfach, ich kann es nur, ich kann es nicht oft genug sagen, überwältigend, den Livestream habt ihr ja da mitbekommen, da waren ja viele von euch mit dabei, als ich da aus Stockholm live reingeballert habe und als wir dann damit durch waren, ja, kam dann eben noch mal der Chef auf mich zu von eSportel und hat gesagt, hey, also sie wollen dann jetzt gleich da noch essen gehen, da bin ich herzlich auch dazu eingeladen mitzugehen und der Kollege hat auch Geburtstag und es wird ordentlich reingeballert und sowas, dann, ich habe gesagt, ja klar, natürlich gehe ich sehr, sehr gerne mit und wir sind dann dort raus aus der Inferno Online und dann gegen, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es war, ich glaube, wir haben um 21 Uhr aufgehört zum Stream, sind dann raus und in dieses Hardrock-Café gegangen und ich kannte Hardrock-Café davor irgendwie nur so als Verkaufsladen oder sowas, wo man T-Shirts kaufen kann, das war es, aber das war so ein richtiges Restaurant, vielleicht sind alle Hardrock-Cafés so und ich war nur noch nie in einem gescheiten, es war krass, also ich saß unter dem Schal irgendwie von Madonna und von Marilyn Manson, hingen da irgendwelche Sachen rum und es war Live-Musik, hinter mir stand so ein Rocker und hat Musik gemacht und dieser Abend war, es war sehr, sehr schön. Also das Geburtstagskind, auch ein recht großer Kerl, als ich dazu kam, nimmt mich so in den Arm und sagt, let's get fucked und hat dann direkt Bier geholt und was weiß ich und es gab dann auch Shots und Wodka eh und hin und her, es war eine ziemlich feuchtfröhliche Nacht mit richtig, richtig geilem Essen und auch zwischendurch, Tiepster hat mir halt im Vorfeld gesagt, hey, ich weiß nicht genau, nimm lieber, also nimm lieber Geld mit beziehungsweise hab halt deine Karte dabei, ich weiß nicht genau, ob ich dazu auch eingeladen werde, aber die kamen direkt auf mich zu, weh, du zahlst irgendwas alleine, wenn du irgendwas willst, wir kaufen dir alles und ich so, Alter, das ist einfach Wahnsinn, also ich hab mich richtig gut aufgehoben gefühlt, auch in dieser Gruppe, obwohl ich ja irgendwo war, wo ich noch nie war, unter Menschen, die, gut, die ich dann doch sehr gut verstanden habe, weil sie alle richtig, richtig gut Englisch sprechen, das ist echt Wahnsinn, wie gut die Englisch sprechen und ich war von mir auch etwas überrascht, wie gut es dann doch noch ging, mein Englisch und ja, man sieht hier noch, ich hab ein richtig geiles Steak gehabt, ich hab nicht großartig viele Bilder vom Essen gemacht, weil ich das halt auch unhöflich finde, man hockt dann da und erzählt und hat wirklich eine richtig schöne Zeit und ich hab keinen Bock gehabt, dass ich da wie so eine Truller sitze, wie so eine Instagram-Tussi und Fotos vom Essen mache, deswegen ist es auch vielleicht ein bisschen shaky, einfach nur schnell hoch und dann wieder eingepackt. Der Laden war richtig geil, auch draußen, dieses Schild No drugs or nuclear weapons allowed inside, einfach ein geiler, geiler Laden, da waren wir sehr lange, ich glaub bis 0 Uhr oder 0 Uhr oder 30 oder sowas, ich bin mir nicht mehr sicher und dann, ich war mir am Anfang des Abends auch nicht sicher, was ich schlussendlich am Ende mache, geh ich alleine heim oder bleib ich einfach dabei, bis es sich auflöst, weil Tipser sowieso ins selbe Hotel muss und ganz, ganz am Anfang, eigentlich noch, bevor ich hingeflogen bin, dachte ich noch, weil ich wusste, es wird danach wahrscheinlich noch feuchtfröhlich, dachte ich mir, nee, nee, ich geh nach dem Stream dann schön aufs Hotel und alles ist gut, aber wie gesagt, diese Hardcore-familiäre Truppe, die konnte ich auch einfach gar nicht alleine lassen beziehungsweise da wollte ich natürlich mit dabei sein und ja, es war ein sehr, sehr schöner Abend, wir sind dann gegen 0 Uhr 30 oder 1 Uhr oder sowas, sind wir dann noch weiter geschlendert, sie wollten eigentlich in den Club, aber wir waren so viele und ein paar Leute hatten schon gut, einen im Tee, dass dann auch der Anführer gesagt hat, hey, er will auf keinen Fall, dass wir uns irgendwie splitten, dass Leute nicht reinkommen oder sowas, das will er nicht, deswegen gehen wir jetzt einfach ins nächste Pub und machen da weiter und gehen jetzt nicht in den Club, weil sonst hätten wir uns irgendwie aufteilen müssen, alleine schon, weil wir auch so viele Männer waren und nur zwei Frauen oder so, er hat gemeint, wenn wir da mit 30 Mann reinkommen oder 40, wir waren wirklich viele und es sind nur Männer um die Uhrzeit, da kommt nicht jeder rein, die Frauen schon, aber bei den Männern ist es schwierig und dann sind wir in dieses Pub Anchor, in diesen Anchor Club Pub gegangen und das war auch so krass, es war geschissen voll, aber richtig, richtig geil, normalerweise mag ich sowas gar nicht, aber es war einfach herrlich, da war richtig, richtig krasse Livemusik, das waren so Coverbands, die da gespielt haben, ich habe euch da auch einen kurzen Videoclip gemacht, Das war absolut insane, war absolut insane, wir haben um ein Uhr glaube ich oder kurz nach eins das letzte Mal aufs Handy geguckt wegen den Zügen und Tipps dann meint, guck mal da, die nächsten 60 Minuten fahren die Züge so wie immer alle 10 Minuten oder alle Viertelstunde, ich glaube sogar alle 10 Minuten, von daher alles cool, wir sind davon ausgegangen, das ist bestimmt die ganze Nacht so und um zwei Uhr haben wir dann wieder mal wieder so gesagt, ach komm, lass mal gucken, einfach nur für alle Fälle, und er sagt so, ey scheiße, in neun Minuten kommt der nächste Zug und dann um 5.33 Uhr wieder einer und wir so, fuck, wir sind dann aufgestiegen, ey, wir müssen gehen, zack, zack, die Deutschen haben es eilig und dann wurde ich dann nochmal vom Chefe in den Arm genommen, er hat gemeint, das ist so schön und morgen will er mir Stockholm zeigen und da gehen wir nochmal schön essen auch und ich so, ja klar, können wir sehr gerne machen und dann sind wir ab, Fersengeld direkt, wir sind so gerannt, also wir sind komplett durchgerannt zu dieser Odenplan, Station, das war ungefähr ein Kilometer oder sowas, plus, minus, 800, 900, vielleicht 1000 Meter, die wir laufen mussten, dann runter, und ich habe noch gesagt, Tippsächer, ich komme unten bestimmt nicht durchs Drehkreuz, ich muss wahrscheinlich kurz mir ein Ticket holen, da hat er gemeint, ja kein Problem, wenn es nicht geht, nimm es einfach meine Karte und natürlich ging meins nicht, dann habe ich dann einfach seine Karte bekommen und bin rein, bei ihm war das halt freigeschaltet, dieses kontaktlose direkt bezahlen, bei mir halt nicht und dann sind wir runtergerannt, Zucker war schon da reingesessen und dann ist er losgefahren und dann, das war einfach wieder, das war eine Punktlandung, einfach eine Punktlandung, war perfekt, ab ins Hotel und ich habe noch gesagt, gehst du morgen zum Frühstück, also gleich zum Frühstück mehr oder weniger und er hat gemeint, er ist so fertig, die letzten paar Tage waren auch krass, er war ja vier Tage schon vorher da und sie waren dann fast jeden Abend, also die ballern richtig rein, die haben jeden Tag im Büro geschafft, das Hauptbüro ist übrigens auch direkt dort neben der entfernten Online-Geschichte und die arbeiten dann den ganzen Tag bis in die Nacht rein und gehen dann halt noch einen trinken und er hat gemeint, ich glaube, das Ding schaffe ich gar nicht, Frühstück. Ja, und dann haben wir uns da separiert und ich bin auf meinem Zimmer und habe noch ein letztes Bild gemacht und habe mich dann hingelegt und das war Tag 1 von meinem Schweden-Urlaub oder ja gut, von meiner Schweden-Reise und ich sage hier einfach, also es war richtig geil, es hat so Spaß gemacht, riesen Dank an E-Sportal, aber natürlich auch ein riesen Dank an euch, denn nur durch euch, durch meine Zuschauer, durch meine Community habe ich ja überhaupt das erst erreichen können, dass ich groß genug bin, um von Partnern wie E-Sport halt entdeckt zu werden und dann eben auch gehadhunted zu werden und dann, ja, dass diese Partnerschaft überhaupt zustande kommt, geht ja nur durch euch. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Kuss, geht raus und ja, da ist er wieder, Babler, zweiter Tag in Gokulm, Schweden und wir starten direkt beim Morgen beziehungsweise ich rolle noch ein bisschen zurück, noch zur Nacht hin, also ich habe ja gesagt, ich habe mich dann hingelegt, aber natürlich war das dann auch nicht so einfach direkt einzupennen, also wir haben ja diese, ich sage mal Party, diesen Partyabend und Partynacht hinter uns gehabt und ich habe so viel erlebt und hatte so viel Aufregung auch und ein bisschen Stress und hin und her am Anfang halt mit dem Flug und Pipapum mit vor allem der Wegfindung dort, dass ich natürlich nicht direkt einpennen konnte, also ich lag eine ganze Weile wach und dann war ich glaube ich nach einer Stunde also um so ungefähr halb vier oder was oder kurz vor vier war ich dann glaube ich eingepennt, denn ich wusste ja am nächsten Morgen aufstehen, ich wollte natürlich auf gar keinen Fall irgendwie verschlafen, denn morgens war natürlich A Frühstück und Frühstück nimmt man natürlich immer mit, das ist klar, B hatten wir aber auch ja unseren Termin mit dem mit dem Menschen von E-Sport und mit Tipsas Chef und ja, da wollte ich halt auf gar keinen Fall irgendwie zu spät sein, ich überlege jetzt gerade kurz wie das war mit dem Checkout, ich glaube Checkout war tatsächlich erst um elf, was ziemlich bequem war, aber das Frühstück war schon ab acht glaube ich, von acht bis um zehn sollte oder konnte gefrühstückt werden und ich habe mich bei der Anmeldung mehr oder weniger dummerweise angemeldet oder angekündigt, das hieß halt direkt, wie sieht es aus, wann wollen Sie frühstücken, wollen Sie überhaupt frühstücken und Sie können schon mal einen Sitzplatz praktisch reservieren und ich habe gesagt, ja das können wir gerne machen, ich bin dann um neun da, das war schon haarig, weil ich halt wusste, okay ich muss um neun spätestens, also aller, aller spätestens halt unten sein, im besten Fall halt schon kurz davor, natürlich auch davor aufwachen, ich habe mir aber trotzdem, als es dann so spät in der Nacht war, den Wecker auf, ich glaube, zehn vor neun und um neun dann gestellt und ja, bin halt dann irgendwann eingeratzt, war wie gesagt schwierig, weil halt so viel erlebt und pipapo. So, und dann war es der nächste Morgen, das war dann der vierte, der sechste, ich bin um neun, um acht Uhr fünfzig aufgestanden, zehn vor neun, habe direkt den Wecker mitgenommen, habe mich kurz abgeduscht, weil ich komplett zerstört war, also es hat sich abends oder nachts gar nicht so angefühlt, als hätte ich jetzt viel Alkohol getrunken, aber am nächsten Tag habe ich es auf jeden Fall gemerkt, vor allem dieses Durcheinander trinken, halt das Bier, dann der Schnaps und dann noch so ein komischer Schott und was weiß ich, also das war dann morgens doch leicht zu spüren, jetzt nicht wirklich katermäßig, aber mir war einfach so unwohl halt, sicherlich auch Aufregung für den Tag, auch Vorfreude natürlich und so weiter und so fort, hat sich da alles gemixt, deswegen erst mal unter die Dusche und habe mich dann noch umgezogen, soweit alles fertig gemacht und auch schon mal alles gepackt, dann bin ich runter. Im Frühstücksraum selbst, dort, der mir eben angekündigt wurde, war es ziemlich voll, ich kam dann rein und es gab so eine kleine Rezeption, dort habe ich dann mit einem Mann gesprochen, der da eben stand und er hat mich gefragt, ob ich reserviert habe und ich habe gesagt, ja, ich habe reserviert, aber für 9 Uhr und jetzt ist es ja irgendwie 10 oder 12 nach 9, von daher verstehe ich vollkommen, dass meine Reservierung jetzt eben abgelaufen ist und ich gerne warte. Ja, dann meinte er, ich soll einfach runtergehen in die Lobby, da gibt es dasselbe Buffet nochmal. Da bin ich runtergegangen und da war dasselbe Buffet nochmal, nur mit weniger Leuten. Ich weiß nicht genau, was da der Unterschied ist, ich nehme an, oben ist sowas wie eine Lounge und die muss man halt reservieren und unten ist es halt dann normal. Also vom Buffet, das was ich sehen konnte oben, war das exakt dasselbe wie unten. Darum war das dann überhaupt kein Problem für mich, gerade vor allem, weil es natürlich viel mehr Plätze gab, war das sweet. Ich wollte ja mit Teepster gemeinsam frühstücken. So, also habe ich mir einen Platz gesucht und auch schon mal was auf den Teller getan. Habe das Handy immer wieder im Blick gehabt, stelle fest, okay, keine Nachricht von Teepster bis jetzt. Habe ich ihm dann geschrieben, hey ho, ich bin ganz unten in der Lobby am Frühstücken und so wie es bei dir passt, kannst du ja dazukommen. Und dann habe ich meinen ersten Teller schon verputzt gehabt und dann habe ich eine Nachricht erhalten von ihm, dass es ihm nicht so gut geht, also dass der Abend und vor allem die Abende davor noch so ein paar Nachwehen erzeugt haben. Er war ja schon vier Tage dort und scheinbar waren sie jeden Abend dann, wenn sie mit der Arbeit fertig waren, ziemlich hart am Feiern beziehungsweise haben, glaube ich, die ersten zwei Nächte komplett durchgearbeitet und dann die Nacht, bevor ich kam, richtig fett reingefeiert und davon war er schon angeschlagen und dann kam eben noch unsere Feierei da drauf und das war dann halt doppelt und dreifach haarig. Er ist dann also auf dem Zimmer geblieben und ich habe gemütlich gegessen. Es gab wirklich extrem viel, alles was man sich eben so wünscht. Bei einem Hotelfrühstück, ich habe nur zwei Bilder gemacht, denn in Schweden ist es so, dass man, das kennt man bestimmt ja auch von den sozialen Medien, so ein bisschen Abstand hält, aber nicht so aus Unhöflichkeitsgründen oder weil man sich nicht mag, sondern einfach, ja man geht gemütlich miteinander um und lässt jedem seinen Raum und darum wollte ich auf keinen Fall der deutsche Kartoffeltourie sein, der dann da steht und alles abknipst. Deswegen zwei Bilder vom Frühstück, einmal von der, ich will gar nicht Main-Auslage sagen, aber das ist halt der Start gewesen. Man kam, wenn man dieses Bild sieht, wo sich die Frau gerade was einschenkt, kam man von ganz da hinten, rechts waren die Treppen und Fahrstühle und man kam dort angelaufen, da gab es dann Tee und Wasser und Orangensaft, was man eben so kennt, auch alles schön mit Eiswürfeln drin, außer beim Tee. Ja, dann kam direkt das ganze Brot, dann Wurst, Salami, Fleischstücke und so weiter und so fort und hier vorne dann der ganze Grünkram und eben auch Nachtischzeug hier, Ananas und Wassermelone. Ich habe auch so gut wie alles gegessen und auch von allen mir halt ein bisschen was genommen. Immer wenn es Buffet gibt, nehme ich mir vor, dass ich davon so gut wie alles esse, zumindest ein bisschen umzuprobieren und dann war weiter hinten die zweite oder die nächsten zwei Tafeln aufgestellt. Links sieht man, ich glaube, das war einfach nur alles so Müsli und auch Früchte für ins Müsli rein und rechts da die ganzen Warmspeisen. Da habe ich mich dann hauptsächlich aufgehalten. Das war dann natürlich Speck und Eier, ultra geil, sowas liebe ich beim Hotel Naschen. Ich glaube, Würstchen gab es auch, wobei ich mir da gerade nicht so sicher bin. Was es aber auf jeden Fall gab, war Köttbullar. Da habe ich mir natürlich auch dann ein, zwei halt genommen. Wobei ich jetzt nicht so der riesen Köttbullar-Fan bin, aber ich dachte mir, okay, komm schon, also ich bin jetzt in Schweden, da muss ich schon noch Kockbullar heißen, das ist klar. Preisel für Soße gab es auch und rechts war noch irgendwas, aber da saßen auch ganz in der Nähe Leute. Deswegen wollte ich da auf gar keinen Fall hin fotografieren. Da saß eine Familie, das ist ja, Mann, ich wollte die nicht schön, obwohl die Kinder wiederum, die saßen die ganze Zeit an dem Handy und haben rumgespielt und so rumgelaufen, haben Fotos gemacht und so, aber wie gesagt, ich wollte nicht der Guy sein, der da halt rumknipst die ganze Zeit. Nach diesem überaus bekömmlichen Frühstück bin ich dann nochmal hoch aufs Zimmer. Es war dann ungefähr 10 Uhr und ich wusste, okay, um 11 oder kurz vor 11 ist Checkout, also chill ich mich jetzt einfach hin. Ich hatte schon alles gepackt, beziehungsweise, ja doch, ich hatte nachts schon alles fertig gemacht, dass ich für den nächsten Tag, weil ich schon dachte, okay, ich verschlafe bestimmt und dann ist der ganze Tag im Arsch, hatte ich alles schon gepackt gehabt, deswegen war alles schon ready. Ich habe mich einfach ins Bett gelegt, habe dann endlich mal ein bisschen Pokémon Go spielen können, Jemen, schön ein paar Pokémon dort in Schweden fangen können für diese Tauschherausforderung. Ihr wisst schon, da sammelt man dann die Differenz der Kilometer. Wenn man dann hier aus Deutschland welche tauscht mit denen aus Schweden, hat man halt dann die x-tausend Kilometer dazwischen. Naja, ist so ein Schönersee-Ding. So, währenddessen habe ich übrigens eine Serie geschaut, die ist mir richtig krass im Kopf geblieben. Ich hatte generell erst mal kurz so den Gedanken, okay, warum gucke ich hier überhaupt rein? Wahrscheinlich kommt eh dann irgendwas auf Schwedisch. Aber entweder ist es halt in den Hotels einfach schon so gemacht, dass man ausschließlich englische Sachen hat oder die Schweden schauen extrem viel auf Englisch mit schwedischen Untertiteln. Ich war dann auf einer, das war sowas wie, wie kann man, nicht National Geographic, es war so, es ging um ein Rentner-Ehepaar, wobei gut, so alt waren sie noch nicht. Ich nehme mal an, so 60, 60, 65 vielleicht, vielleicht 55 sogar sie. also Rentner ist jetzt extrem weit vorgegriffen, aber die beiden haben Dinge renoviert und repariert und das war auf jeden Fall eine Serie aus England, nehme ich an, vom Akzent her. Am Anfang haben sie irgendwie ein Boot oder Boote renoviert, aber waren dann auch immer wieder, gar nicht vor Ort, sondern bei manchen Kunden, da haben sie einfach nur Videotelefonie gemacht. Die Anwärter oder Kunden haben eben gezeigt, hey, wir haben hier dieses und jenes, wisst ihr, wie wir das verbessern können? Zum Beispiel war bei der einen Familie unter einer Treppe der Raum, den wollten sie richtig nutzen, diesen Raum halt. Und ja, da hat halt dann was gebastelt, also das lief halt einfach. Ich habe einfach eine Stunde lang diese Serie geschaut, wie sie irgendwelche Sachen reparieren. Eine andere Frau hat angerufen und gesagt, hey, ich habe ein altes Puppenhaus, aber wirklich ein uraltes Puppenhaus von vor, was weiß ich, knapp 100 Jahren und das möchte ich renovieren. Und da hat sich dann die Frau von diesem, ich sage mal, älteren Menschen und Gespann darum gekümmert, dass innen alles ausgebaut ist, also dass dieses Puppenhaus wieder komplett hergerichtet wird, wie ein normales Haus eben auch. Und der Mann hat sich um die Türen gekümmert, die aufschwingen, damit man halt im Puppenhaus spielen kann. Die sind wohl alleine aufgegangen, die waren halt schief und dann hat er sich um die Scharniere gekümmert und bla bla bla. Also das war, ja, das war so mein Programm, das einfach lief, während ich gewartet habe, dass es dann langsam so 10 vor 11 ist, damit ich auschecken kann. Und was ich noch gemacht habe, war vor der ganzen Fernsehgeschichte, aber nach dem Frühstück, habe ich euch folgendes Video aufgenommen. Bitteschön. Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen in meinem Hotelzimmer und meinem Ausblick. Der erste Schwedentag ist bereits rum und es war wirklich, wirklich krass. Ich konnte jetzt vor allem dann gestern eigentlich hauptsächlich Bilder machen, nur ich habe ganz viele gemacht, aber nur Bilder, keine Videos, weil so viel zu tun war. Also gerade die Fahrt hin und der Flug und alles, gut, ich bin im Flugzeug, guckt man sicher eh nicht hin und macht Hallöne Leute zwischen den ganzen anderen Leuten. Aber ja, auch die Fahrt dann mit den Zügen, bis ich das alles rausgehabt habe und vor allem, bis ich dann Schwedisch gelernt habe. Hat kurz gedauert, bis ich gerafft habe, wie das funktioniert. Auch mit dem Bezahlen, das ist ja alles mit Karte und ich bin ja ein Barmensch. Ich habe immer nur eigentlich Bargeld dabei und da brauche ich jetzt das erste Mal in meinem Leben mit Karte gezahlt, so richtig, sonst halt maximal, wenn ich tanken bin oder so was, nachts an Tankstellen, wo du automatisch halt, wo du ohne Menschen bezahlen kannst, halt mit Karte. Und ja, es hat alles tatsächlich besser geklappt, als ich dachte. Ich dachte noch, meine Billo-Karte, die wird nicht richtig funktionieren. Aber ja, es hat alles sehr, sehr gut geklappt und wie gesagt, jetzt bin ich hier. Ich bin einfach nicht so der richtige Vlogger-Typ, so mit Cam in der Hand und hin und her. Oh, ich lese gerade, dass die Tipps da gerade aufgewacht ist. Däubst du jetzt? Damn, come on. Ja, ich habe jetzt eben noch gefrühstückt. Das Frühstück war auch ultra krass. Also ich habe auch zwei Bilder gemacht. Auch da will ich natürlich nicht rumrennen so zwischen den Leuten. Hey, und schmeckt es und wie? Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was ich großartig sagen soll, weil ich sowieso in Voice und Bilderform halt alles für euch so schildern werde, wie es gelaufen ist. Also ich kann nur eins sagen, es war richtig, richtig, richtig krass. Die entferne Online-Geschichte war mega geil, auch dass wir das streamen konnten und so weiter. Auch hier, dass ich offiziell erteile mit der Crew jetzt bin. Also absolut insane. Die Jungs und Mädels von eSportal sind da richtig gut drauf. Direkt, oh Dumbo, come on, hin und her und es war, ach, es war einfach schön, es war schön. Und dann hat noch einer der Länder, der Länderkoordinator, glaube ich, hat dann auch noch Geburtstag gehabt und dann haben wir praktisch nach der entferne Online-Geschichte so eine Mini-Kneipentour gemacht. Also wir waren bis um kurz nach zwei weg, aber wir waren nur in zwei Kneipen, deswegen sage ich Mini. Ich nehme an bei einer Kneipentour, ich war noch nie bei einer, geht man in mehrere, also in noch mehr. Wir waren ganz lange im Hardcore, im Hardrock-Café, auch mit Live-Musik, das war richtig, richtig geil und auch richtig geil im Essen, holy shee, und Alkohol. Und danach sind wir dann noch in, ich weiß gerade nicht mehr genau wie die heißt, in so eine andere Bar gegangen und da war richtig, also eine fette Bühne drin mit Live-Musik, mit so ACDC und so weiter, Hardrock-Coverbands, Rockcoverbands. Also es war wirklich, ganz viele Leute auch einfach so getroffen und das ist für mich halt auch so, ich bin ja die, ich sage mal, die Unschuld vom Land, für mich halt echt was Neues. Einfach so rum und auch auf die Leute zu oder sie kommen einfach auf dich zu und schwätzen dich an. Wir saßen dann ganz am Ende draußen in dieser Rockcoverband-Bar und dann saßen wir bei einem, der eine kam aus Italien, der andere aus Indien und die haben beide Musik gemacht in einem Club ein Stück weiter weg oder haben dann eine Session gemacht. Ja und dann lernt man halt einfach so die Leute kennen. Also das war für mich jetzt was ganz Besonderes. Also natürlich das Wegsein oder halt auch mal wieder weg sein. Ich meine seitdem meine Frauen nicht unsere Tochter haben, sind wir halt auch eher nicht so unterwegs. Also es war sehr, sehr schön. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass meine Frau und meine Tochter auch mit dabei sind. Die Kleinen natürlich nicht in den Bars, aber so an sich. Hier in Schweden ist es echt schön. Aber ja, also ich bin richtig sprachlos gewesen auch an gewissen Punkten. Also dort im Inferno online einfach riesig und wie gesagt, wie man aufgenommen wird. Und dass auch so viele Leute dann auf mich zukommen und sagen, sie mögen meine Arbeit. Also sie gucken sich die Streams auch an. Die Schweden sitzen da und gucken sich die Streams an und schauen rein und finden das gut. Und jeder ist über die Partnerschaft glücklich und einfach das Ganze, dass das einfach so funktioniert und dann eben gleichzeitig auch noch beziehungsweise hinzukommt, so familiär ist. Ist echt krass. Also wirklich, wirklich geil. Aber es kommt noch ganz viel mehr. Ich mache jetzt erst mal wieder Schluss. Ich hoffe, das hat überhaupt gescheit aufgenommen, den Ton, weil ich nicht weiß, wie der Ton ist. So, dann war es dann irgendwann eben zehn vor elf. Ich habe dann ausgecheckt und bin runter und habe vorm Hotel gewartet. So nach fünf Minuten kam Thiebster dann auch und dann sind wir zur nächsten Bahnstation gelaufen. Und auf dem Weg dorthin haben wir halt über den vergangenen Abend gesprochen, wie schön das war und hin und her und wie toll das generell ist, dass ich halt da bin, dass man sich mal sieht und so weiter und so fort. Sind dann mit der Bahn nicht dorthin gefahren, wo die Inferno-Lahn war, sondern eins weiter, glaube ich, oder eins davor. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dort haben wir dann den Chef von Thiebster nochmal getroffen. Wir waren dann sogar bei ihm daheim. Also er hat gemeint, hey, kommt gerade mit, wir laden noch kurz euer Zeug bei mir ab und dann gehen wir noch gemütlich spazieren und er wollte noch mit uns essen gehen. Also wir haben noch ein bisschen was vorgehabt. Die nächsten Bilder, die dann jetzt kommen, sind von dem Spaziergang, also eigentlich alle, bis halt zum Essen. Wir waren dort, ich glaube, über eine Stunde sind wir einfach spazieren gewesen, aber auch recht flott, haben einen guten Schritt drauf gehabt, haben sehr viel gesehen. Es war auch direkt dort am Palast, war irgendwas. Da war alles mit Wachen und mit Menschen, mit Maschinenpistolen und sowas, die andauernd die Leute so ein bisschen ferngehalten haben. Ich nehme an, da war dann sowas wie ein Umzug oder eine Schaustellung oder sowas vom Adel. Aber wir sind dann nicht dort geblieben. Also wir sind dann ziemlich zügig weitergegangen. Der Ausblick an manchen Stellen war insane. Also sie haben ja extrem viel Wasser und es ist wirklich, wirklich wunderschön dort. Gerade die Häuser natürlich halt auch, die Architektur, aber eben auch die Art und Weise, wie die Stadt sich in die Natur reingewurschtelt hat und wie das alles so verwoben ist. Wirklich sehr schön dort. Wir haben währenddessen natürlich ganz viel geschwätzt über verschiedenste Themen. Wir haben natürlich erstmal mit dem Vorabend gesprochen, dann auch nochmal so, wie toll es ist, dass ich da bin und hin und her. Dann ging es, worüber haben wir dann gesprochen, um die Ahnenforschung bei ihm, bei Tibster Chef, dass seine Ahnen früher halt Bauern waren, weil wir gerade durch die Bereiche gegangen sind, der Stadt, wo halt nur die Ritter leben durften. Die Adelshäuser waren dort auch. Also es war sehr interessant, was auch das frühere Leben anging. Also er hat ganz viel erzählen können, also der Chef von Tibster über die Stadt an sich und eben auch über die Vergangenheit. Das war echt sweet. Also so ein richtiger, es war wie ein Tourguide eigentlich. Ja, wir haben dann noch über verschiedenste Sachen gesprochen. Was immer wieder witzig war, waren die Worte. Also er hat gemeint, die Schweden haben ganz viel von den Deutschen geklaut, was die Worte halt angeht. Das hat angefangen bei der Schleuse. Er hat gemeint, da hinten wird was gebaut. Also wir haben ja nur auf Englisch gesprochen die ganze Zeit und er wusste aber nicht, was Schleuse heißt. Und er hat dann gesagt, sie sagen dazu Schluß. Und wir wussten dann erst nicht genau, was er meint. Vor allem, weil wir auch nicht wussten, er hat einfach nur nach hinten gezeigt, ins Wasser hat gemeint, da wird eine Schluß gebaut. Und dann habe ich gesagt, ah, Schleuse. Und dann hat Tibster gemeint, ja, genau, Schleuse. Und dann hat er gesagt, ja, ja, genau. Das wäre auch so ein Wort, das sie von uns halt geklaut haben. Auch der Reichstag, richtig oder sowas. Ja, das fand er einfach sehr witzig. Er meinte auch, dass die Schweden wie so Steinzeitmenschen wären. Bei uns sagt man Wein oder Bier und bei ihnen sagt man irgendwie Bum Bum oder sowas. Oder Gluck, Gluck, Gluck sagt man Gluck. Gluck heißt es, glaube ich. Also es ist wirklich ein extrem cooler Kerl. Also sie waren ja alle extrem nice. Aber gerade halt er, mit dem ich mich auch am meisten unterhalten und aufgehalten habe. Es war einfach sehr angenehm. Und ich würde von mir selbst behaupten, ich bin jemand, der halt eher ja eigentlich ruhig ist und dem es schwerer fällt zu connecten. Also so im echten Leben halt mit Leuten. Aber das hat wirklich perfekt geklappt. Also Chapeau. Chapeau an den Herren. Ja, und nach dieser ziemlich fetten Sightseeing-Tour ging es dann ans Essen. Und er meinte, es gibt eine Bar am Wasser. Also es gab viele Bars am Wasser. Aber eine hat er noch nicht ausprobiert. Und zwar die Miss Behave Bar. Auch ein sehr cooler Name. Und da sind wir dann hin. Er meint, sucht euch was aus und wagt es bloß nicht zu bezahlen. Ich lade euch ein. Ja, und da gab es dann dieses ultra geile Chicken. Irgendwas mit Buffalo oder was. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Also komplett ohne Knochen oder irgendwas. Das ist einfach nur Filet. Mit Chili-Cheese-Fries dazu. Den Gurken. Diesem Rotkraut-Salat. Und nochmal einer leckeren, scharfen Soße. So Chipotle-mäßig. So irgendwie in die Richtung. Ich weiß, der Burger davor, also am Vortag, das war auch Chipotle. Das hier war keine Chipotle-Soße. Was war denn das? War trotzdem ein bisschen scharf. Mir fällt es gerade nicht ein, wie sie ist. Aber auch ultra lecker. Er meinte, für die Gurken sind sie bekannt. Das Gurken und hier Furniture. Gott, wie heißt das auf Deutsch? Ikea. All das, was Ikea verkauft. Ah, Einrichtungsfähigstände? Verschissen. Der Wortschritt ist insane. Naja, dafür sind sie bekannt und das ballern sie halt raus. Da müssen sie verkaufen, verkaufen, verkaufen. Darum gibt es halt dann nochmal diese Gurkenschnipsel dazu. War auch alles sehr, sehr lecker. Und wir haben auch wieder gute Gespräche geführt. Also wir haben die ganze Zeit natürlich geschwätzt. Ich glaube, da hing es dann auch um, was so typisch Deutsch ist. Denn wir saßen dort draußen, sieht man auch von der Sonneneinstrahlung. Wir waren draußen gesessen, das Wasser war auch ganz in der Nähe. Und es war eben ein Mann plötzlich bei uns, also in einer Touri-Gruppe stand ein Mann und du hast eindeutig erkannt, das war halt einfach ein Deutscher. Die Sandalen, weiße Sportsocken, die Kamera. Also ein Deutscher hätte der nicht sein können. Außer von den restlichen Klamotten und sowas. Darüber haben wir dann ein bisschen uns lustig gemacht und auch so generell über die Stereotypen. Dann haben wir noch über ein paar Filme geschwätzt. Über irgendeinen Film, der glaube ich vor nicht allzu langer Zeit in Schweden released wurde. Das ist ein schwedischer Film. Da geht es um so eine Trinker-Kumpel-Gemeinschaft, die eben irgendwie feststellen, dass wenn man immer so ein bisschen Alkohol im Blut hat, dass man dann wohl am besten lebt und dann fangen sie halt damit an, mit so Messgeräten zu gucken, dass sie immer einen Pegel haben, aber übertreiben es wohl dann irgendwie. Das ist wohl dann die Krux am Film, dass die halt dann irgendwann komplett blau sind. Ich habe den noch nicht gesehen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ich weiß auch nicht, ob es den in Deutschland gibt, aber bestimmt gibt es den bei uns auch. Klang nach einem lustigen Film. Und der Chef von Thiebster hat das halt auch immer, der hat das so gut erzählt. Also wirklich auch ein extrem charismatischer Mensch. Ja. Einfach super. Einfach super. Das Essen war höchst deliziös. Wir sind dann von dannen geschritten und dann ging es ja auch schon für uns an die Heimfahrt. Das letzte Bild aus Stockholm war dann hier noch am Wasser. Das war der einzige Punkt, wo nur ein einziger Mensch zu sehen war. Halt diese Frau vorne und sonst war links und rechts alles voll mit Leuten. Und dann ging es in Richtung Flughafen für uns schon wieder und da wurde es dann etwas schwierig. Das Ganze war so geplant, dass wir locker eine Stunde Zeit haben im Flughafen, bis Thiebster's Check-in geht. Also nicht sein Flug, sondern der Check-in. Und ich war eh eine Stunde nach ihm erst dran. Also ich hätte meinen Flug ja so oder so nur schwer verpassen können, aber bei ihm hätte es oder konnte es natürlich knapp werden, weil sein Herr früher war als meiner. Wir sind dann zurück zu Thiebster's Chef in die Wohnung, haben unser Zeug geholt, haben uns nochmal bedankt und verabschiedet und sind dann los. Und die Frage war an dem Punkt schon, wie kommen wir jetzt an den Flughafen? Die Idee von Thiebster war am Anfang, dass wir mit dem Bus fahren, weil er hatte auch sowas wie ein Busticket, aber da ich sowas nicht hatte und der Zug schneller fährt, haben wir gesagt, wir fahren mit dem Zug bis an diese Marlstar Station oder wie die eben hieß und von dort mit dem Bus dann einfach zum Flughafen. Und ja, diese Zugfahrt hat sich aber dann als etwas schwerer herausgestellt, als wir das eigentlich dachten. Wir sind wie immer mit dieser 40, 41, 42, 43 oder wie sie eben hießen, gefahren und von der Auskunft her hätte dieser Zug bis zu dieser Station fahren sollen. Ist er aber nicht. Also er hat, ich glaube, drei oder vier Stationen davor angehalten und das war die Endstation. Es kam auch extra noch so eine Frau dann gelaufen, also einfach eine Passagierin, die beim Aussteigen sieht, dass wir sitzen bleiben und sofort zu uns kam und gesagt hat, hey, das ist übrigens die Endstation, ihr müsst jetzt hier raus. Und da haben wir uns dann bedankt, sind ausgestiegen und waren dann halt einige Stationen vor dieser Marlstar Station entfernt und natürlich noch richtig weit vom Flughafen entfernt. Und von der Zeit her war es so, dass wir, ja, ich glaube, noch 30 Minuten Zeit gehabt hätten, um den Plan pünktlich hinzubekommen beziehungsweise schon mit ein bisschen Delay anzukommen. Also wir hätten diesen 60 Minuten Puffer schon angenagt. Nach kurzem Suchen konnten wir auf Anhieb auch keinen Zug finden, der jetzt dorthin fährt, wo wir hinfahren wollen. Und ich hatte, das habe ich immer im Vorfeld schon gesagt, nicht diese 40er Züge genommen bei der Hinfahrt, sondern ich bin bis nach Stockholm City mit einem Expresszug gefahren. Und der ist innerhalb von 10 Minuten oder von 15 Minuten, ich habe es euch ja in der ersten Nachricht gesagt, ist der vom Flughafen oder von dieser Marlstar Station bis nach Stockholm City durchgedonnert. Wohingegen der Alanda Express 20 Minuten fährt oder 25 und die Bimmelbahn irgendwie 40 und der Bus halt 50. Diesen Zug haben wir aber ja nicht genommen. Wir sind mit der 40er gefahren. Also war das alles schon so ein bisschen schwierig. Und da wir aber im Hinterkopf hatten, dass wir Uber fahren können, habe ich auch nochmal gesagt, ey, du bist ja eh Uber-Profi, sollen wir das nicht einfach so machen? Und er meinte, hey, ja, das machen wir am besten so, weil das war dann für ihn doch langsam etwas knapp. Also hat er sich dann in dieser Uber-App jemanden gesucht. Ich habe das zum ersten Mal dann überhaupt gesehen und bin zum ersten Mal dann eben auch bei jemandem halt mitgefahren, bei so einem Uber-Menschen. Wir haben kurz draußen gewartet. Ich glaube, so sieben, acht Minuten dann kam der Mann angeblubbelt in seinem uralten, Gott, was war das? So ein ganz großer, so eine Amikarre eigentlich. So eine Silber, eine fette Amikarre mit abgebrochenem Seitenspiegel und sowas. Es war halt direkt so, oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Aber er war ultra lässig. Ich habe mich hinten reingechillt, die Tipps hat sich vorne hingehockt und ziemlich viel mit ihm geschnackt und ich habe hinten gesessen und eigentlich nur gechillt und ja, die Fahrt ging recht flott. Am Flughafen selbst war auch so gut wie nichts los. Er konnte uns genau an unser Gate fahren und, nee, nicht Gate, sondern, naja, eben diesen Überbegriff. Ich glaube, die Gates sind ja innen drin, aber Station oder was? Ich weiß gar nicht genau. Halle? Hm. Nee, doch, ich glaube Gate. Ich glaube, das sind die Gates. Egal. Er konnte uns direkt an unser passendes Gate fahren. Ja. Und dann sind wir rein. in die Sicherheitskontrolle und als wir dann bei der Sicherheitskontrolle durch waren, die hat echt lange gedauert, vor allem bei Bombenleger, Bubbler mal wieder rausgewunken, wurde wie auch schon auf dem Hinflug, wurde ich ja dann hier in Deutschland auch kurz rausgewunken, abgetastet. Okay, alles klar. Und der Koffer wurde ja kurz zur Seite gelegt, um mir ihn dann wieder persönlich zu übergeben, so irgendwie. Und das war jetzt eben hier das Gleiche. Mein Koffer wird rausgedudelt, ich wurde nicht abgetastet, aber ich musste mich halt dann da hinstellen. Der macht den Koffer auf und hat dann die Sachen so abgestriffen mit einem Drogentest. Und dann habe ich ihn so gefragt, ob er auch meine Hände irgendwie abstreichen möchte. Ich habe gesagt, nee, nee, nur innen drin, das ist einfach nur Routinekontrolle. Ja, und dann kam da halt nichts raus, logischerweise. Die Drogen waren ja woanders. Thiebster stand so ein Stück weiter weg und hat gegrinst. Ich habe halt dann auch so einfach abgewartet, bis das fertig war, das Prozedere. Danach sind wir dann ziemlich zügig an Thiebster Skate geschlappt oder gejoggt. Wir sind schon schnell gelaufen. Denn dort angekommen, haben wir festgestellt, dass es jetzt noch ungefähr zehn Minuten sind, bis der Check-In-Vorgang startet. Und wären wir dann mit Zug oder Bahn und Bus noch gefahren und nicht mit dem Uber, dann wären wir mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens zehn Minuten später rumgekommen. Eher sogar noch ein bisschen noch später. Ja, und dann wäre es richtig ekelhaft geworden. Also es war wieder eine Punktlandung. Unglaublich, dass das dann doch so knapp geworden ist. Also eigentlich haben wir nicht gedrödelt. In Stockholm selbst hatten wir noch genug Zeit und auch als wir von tiefster Chef los sind, war eigentlich genug Zeit. Aber ja, das mit den Bussen und Bahnen und Zügen ist zwar extrem convenient und sehr schön gelöst, aber wenn man sich halt dann doch nicht so ganz auskennt, ist es gar nicht so einfach. Aber zum Glück hat ja, wie gesagt, alles geklappt. Ja, dann war tiefster Check-in, ich habe mich nochmal von ihm verabschiedet, wir haben uns in den Arm genommen, ah herrlich, und dann bin ich auch schon zu meinem Gate geschlappt, einfach nur um zu gucken, wo es ist. Von meiner Seite aus hatte ich noch, ich glaube sogar noch über eine Stunde Zeit, bis mein Check-in begann. Nichtsdestotrotz wollte ich unbedingt wissen, wo ist das, wo muss ich hin, ich schaue, jawohl, der richtige Flug, die richtige Flugnummer, die richtige Destination, alles gut. Und dann bin ich halt ganz genüsslich da am Flughafen rum, habe noch was getrunken, da gab es überall Trinkbrunnen mit koschelos Wasser. Ja, sowas ist immer gut, für Trinken war also gesorgt, Essen hatte ich ja sowieso davor ordentlich reingekalt, von daher konnte ich dann einfach die Zeit verstreichen lassen, habe dann ein paar Sprachnachrichten verschickt und ein bisschen telefoniert, habe dann meiner Tochter noch, haha, genau, ein Mitbringsel gekauft, den Schelden, so einen kleinen, so einen kleinen Oktopus dort halt in so einem Shop im Flughafen. Ja, und dann ging es auch schon an den Check-in. Leider war es beim Rückflug genauso wie beim Hinflug, dass er überbucht war, komplett vollgeschissen mit Leuten und dass große Gepäckstücke doch bitte unten in den Bauch der Maschine abgegeben werden sollen, komplett kostenlos, man kann sich einfach vorne am Counter melden. Da war dann eine Riesenschlange und ich dachte mir, okay, das sind vorneweg irgendwie 20 Leute, die ihr Zeug abgeben, dann gebe ich mal jetzt nicht ab. Und das hat sich dann als kleiner Fehler herausgestellt. War nicht tragisch, aber ja, ich komme natürlich halt rein dann nach dem Check-in, gehe zu meinem Platz, gucke über meinen Platz, wo mein Zeug hin soll und es ist einfach voll. Komplett vollgeschissen mit Zeug. Mit drei, mit so zwei kleinen Koffern und einem einzelnen kleinen, noch kleineren noch und dann ganz viel, ganz viel loses Handgepäck, einfach oben reingestupft, Jacken und was weiß ich alles. Und ich gucke runter und denke, das ist doch nie im Leben von der Person, die da sitzt. Da war nur ein einziger gesessen bis jetzt. Erst kommen ja die Fensterplatzleute, ich war beim Rückflug in der Mitte gesessen, also von diesen Plätzen und danach kommen da erst die Leute, die dann am Gang sitzen und ja, und trotzdem war das oben schon voll. Das hat mich dann ultra aufgeregt. Ich bin dann halt immer weiter nach vorne gelaufen, bis irgendwo was frei war, habe dann meinen Koffer da reingequetscht, ich habe so einen kleinen Zielkoffer gehabt und halt noch meine Jacke und meine Übergangsjacke und habe mich da wieder zurück auf meinen Platz gesetzt. Und ich bin halt jemand, ich bin sehr misstrauisch. Also ich denke halt immer sofort, scheiße, mein Zeug ist nicht bei mir, das ist da vorne irgendwo. Wenn wir später landen und zuerst die Leute im Gang aussteigen, nimmt das jemand und rennt damit weg. Was natürlich nicht passiert und auch nicht passiert ist logischerweise. Aber ein guter Teil des Fluges war das leider auch in meinem Kopf. Ich habe dann irgendwann angefangen zu zählen, wo ich das hingemacht habe, wie viele Positionen. Ich wusste an welcher Nummer ich es habe, also wo ich, über welchem Sitz ich das eben verstaut habe und habe dann gezählt, wie viel das von mir ist. Damit ich dann bei der Landung genau alles im Blick behalten kann, ob das jemand mitnimmt. Das ist ein bisschen gestört, ich weiß, ich weiß aber, naja, so ist er halt der Roger Biblé. Der Flug war wieder sehr, sehr gemütlich, zumal ich mich dann jetzt schon fast wie ein erfahrener Vielflieger gefühlt habe, schon wieder mit dem Flugzeug rum, man kennt es, Standard halt. Der Start war stillig, die Landung war stillig, der Flug dazwischen war auch sehr gemütlich. Ich habe durchgehend mein Bill Burnt, das Bill Burst Special zu Ende gehört und dann halt noch hier Dave Chappelle, der Chubble, noch neigelauscht und immer wieder nach vorne gelinst, ob mein Zeug noch da ist. Es war wieder Wahnsinn. Ich habe auch zum Glück wieder halt Leute gehabt, also diesen jungen Knilch da neben mir, der nicht aufs Klo musste. Das fand ich gut. Eigentlich bin ich immer derjenige, der dann glaubt, dass er oft pinkeln muss, obwohl ich dann so gut wie gar nicht gehe. Beim Hinflug nicht und beim Rückflug war ich dann auch nicht dort irgendwie auf der Toilette. Vor allem sind es ja auch nur zwei Stunden, also das kann man ja theoretisch sich verdrücken, gerade wenn man halt auch vor dem Abflug nochmal ströhen geht. Ja, weil ich halt noch wusste, dass im Hinflug ja jemand dabei saß, eine Frau, die bestimmt viermal auf dem Klo war. Und ich dachte, ist die schwanger oder was? Irgendwas ist los. Oder ist halt schlecht. Habe ich aber glaube ich auch schon alles in der ersten Nachricht gesagt. Und man will natürlich nicht ständig aufstehen. Man will ja dann, wenn man dann endlich mal zur Ruhe kommt und vielleicht kurz einpennt, will man ja auch einfach schlafen. Und ich halt dann, ah ja, schon wieder muss jemand zum achten Mal aufs Klo, okay. Ja, der Flug war jetzt eben wie schon beschrieben sehr gemütlich. Landung war auch richtig chillig. Ich habe euch erzählt, die Landung beim Hinflug, die hat lange gedauert und war ein bisschen unangenehm. Die Landung beim Rückflug hat man gar nicht mehr gespürt. Also wir sind einfach irgendwann halt dann schlussendlich am Boden aufgekommen und das war es dann. Ausgestiegen, meine Sachen geholt, die natürlich noch da waren. Klar, ich habe trotzdem, das war für mich sehr, sehr aufregend. Also die Leute steigen im Gang schon mal ausholen, ihr Zeug und ich habe die ganze nach vorne gespäten und gedacht, na, hört auf, meinen Scheiß zu nehmen. Lasst ihn bloß meinen Scheiß liegen. Natürlich ist gleichzeitig der Gedanke, warum sollte irgendjemand irgendwas anderes nehmen. Natürlich macht das niemand eigentlich in der Norm. Aber ja, die Sorge war trotzdem da. Dann war ich irgendwann dran mit Aussteigen, schlapp vor, hol mein Zeug, geh raus. Ja, bin ich aus dem Flughafen rausgelaufen und dann hat mich mein Vater abgeholt. Hat auch alles super geklappt. Also draußen am Drop-Off. Ich bin rausgeschlappt, er hat angerufen und hat halt gesagt, wo er jetzt gerade ist und ich habe gesagt, perfekt, voll nah bei mir. Du wirst mich sehen. Wenn du rumkommst, wirst du mich sehen und wenn wir uns dann beeilen in diesem Bereich vorne und dann da schnell rausfahren, muss man auch gar nichts zahlen. Die ersten zehn Minuten oder so sind kostenlos. Es war zwar Stau in diesem Bereich diesmal, also das war, das war wirklich bekloppt, wie extrem voll das war, als ich, ja, dort eben ankam und dann abgeholt wurde. als wir am Vortag hingefahren sind, morgens, da war, im Vergleich dazu war da ja nichts los. Aber da halt praktisch Sonntag, abends, nachts, alles voll geschissen mit Leuten. So viele Autos, die da rumgeguckt sind. Das war Wahnsinn. Ja, hab ich ihn halt gesehen, bin einfach ins Auto reingesprungen und hab gesagt, und raus und wir mussten zum Glück auch nichts zahlen. Also war alles chillig. Er hat auch direkt wie immer vorgesorgt gehabt, er weiß, dass ich ein verfressenes Schwein bin und dann solche Salami-Sticks dabei gehabt und zwei ACE-Drink-Flaschen und mir beides reingeballert. Und das war's. Das war mein Schweden-Stockholm-Abenteuer. Es war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ganz tolle und viele Eindrücke gesammelt und für mich vor allem eben auch ein Schritt in diese Ja, ich mach das Richtung. Weil normalerweise bin ich halt jemand, der sowas nicht macht. Also wenn ich schon überlege, wie oft ich alleine von Holy und die Partnerschaft ist ja jetzt gerade mal so alt wie die von E-Sportel. Also ein bisschen was über ein Jahr. Alleine wie oft Holy schon gefragt hat, ob ich hier und dort mal hin möchte oder hinkommen will mit ihnen an den Stand oder sonst was und man da auch halt ausbaldobern könnte, wie viel sie übernehmen und so. Oder was auch schon Skinbaron angefragt hat wegen Gamescom und Lirum Larum. Nicht Gamescom, Dreamhack oder was es ist. Diese ganzen Geschichten halt. Ich hab da immer halt Nein gesagt, weil ich, ich würde sagen, ich bin, ich bin wahrscheinlich einfach, es ist eine Mischung aus schon so ein bisschen ängstlich, kleiner Schisser, ein bisschen, aber der größere Teil ist halt einfach Faulheit. Ich bin einfach ein fauler Strick, ein fauler Sack. Für mich ist es natürlich so, wie meine Arbeit funktioniert, so wie ich Geld verdiene. das ist ja alles selbst gewählt, selbst aufgebaut, selbst hingewurschtelt, ist es ja genauso perfekt. Es war von Anfang an nie der Plan, dass ich großartig rausgehe, um meine Brötchen zu verdienen, beziehungsweise ich hab's natürlich gemacht, über die Jahre vor allem davor, man muss ja probieren und hab dahin festgestellt, dass es nichts für mich ist und deswegen hab ich mir ja eben alles so aufgebaut und dann wird man eben auch noch ein bisschen bequemer, wenn man dann eben schon fünf, sechs, sieben Jahre selbstständig ist und nur von daheim aus arbeitet und das kennt man ja gar nicht, dass das heißt, komm mal bitte da raus und wir treffen uns mal irgendwo, ne, also in Deutschland geschweige denn nach Stockholm fliegen oder sowas. Also, ja, aber ich hab mir schon vor eineinhalb Jahren, letztes Jahr irgendwann, ich glaube, das war kurz bevor die Anfrage von eSportal kam, ob ich das will, hab ich mir gesagt, ich muss unbedingt gucken, dass ich beruflich, aber eben auch im privaten Umfeld solche Sachen mehr bejahle und da einfach ein bisschen, so ein bisschen ja-sagermäßig tatsächlich halt der ganzen Sache entgegenkomme, weil ich verpasse einfach so viel, denke ich. Nicht, dass ich jetzt denke, ich verpasse jetzt aktuell viel so Midlife-Crisis-mäßig und ich muss jetzt schnell, schnell viel machen. Es ist nach wie vor eine Überwindung für mich, solche Geschichten zu machen, aber ich weiß halt, dass ich viel erleben könnte, wenn ich diese Sachen, also wenn ich auf diese Sachen eingehe, aber es halt in der Vergangenheit nicht getan habe und das will ich jetzt auf jeden Fall ändern und habe es eben auch mit diesem Ausflug geändert und bin sehr stolz, dass ich es gemacht habe. Also auch stolz auf mich halt, so dieses private Wachstum oder wie auch immer ist da auf jeden Fall vorhanden, wenn man halt sonst bedenkt, was für ein daheim selbst eingesperrter Köttel ich halt sonst bin. Das war schon was ganz Großes, der Bubbler in der großen, weiten Welt. Natürlich hätte ich diese Chance überhaupt gar nicht gehabt, wenn ich euch nicht hätte, also die Patrons, aber natürlich auch die gesamte Bubbler-Gemeinschaft, die Zuschauer, egal ob Videos oder Livestreams. Wenn das nicht wäre, wenn ich diese Größe nicht hätte, dann wäre das ja alles gar nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Darum natürlich wie immer vielen, 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 vielen lieben Dank an euch, dass ihr mir das möglich macht, dass es eben so funktioniert, wie es funktioniert und ich hoffe auch, dass wir alle zusammen noch viele, viele weitere Jahre gemeinsam reinhauen und ja, alles schön laufen lassen da, schön durchjallern, ganz viele tolle Events natürlich auch wieder machen und auch in die Richtung eben RL, so, ja, ein paar Schritte mal unternehmen. Natürlich Sachen wie hier Dreamhack und hin und her, diese ganzen Geschichten, gerade auch eben partnerschaftlich, wo ich sagen kann, okay, ich komme dann bei Skinbaron oder bei Holy oder auch bei eSportal bin ich mit dabei an einem eigenen Stand, man könnte mich dann dort treffen, so irgendwie, aber eben auch kleinere im privaten Bereich stattfindende Dinge, wie zum Beispiel das mit dieser, dass ich mal bei manchen von euch vorbeifahre, das ist tatsächlich, also das ist jetzt nicht einfach so dahin gelabert, das ist tatsächlich was, was ich machen möchte. Ich habe ja immer wieder viel gehört von jetzt zum Beispiel Sneasel, Nico, Brieks und so weiter und so fort, aber auch andere, die sich eben schon getroffen haben untereinander oder eben auch nicht getroffen haben, Adrian, Dark Souls, noch nicht. Ja, das ist halt einfach sweet, dass es eben schon solche Begegnungen gab und in die Richtung will ich tatsächlich auch gehen. Auch die Sache mit dem Porsche ist nach wie vor logischerweise halt im Gespräch, das ist ja auch kein Gag, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall angehen möchte. Ich gucke gerade wieder täglich nach neuen Angeboten und das ist dann so das Ziel. Ich hole mir das Teil, ich gucke, dass er gescheit fährt, dass er gut funktioniert und dann fahre ich einfach ein paar Leute damit ab. Das klingt komisch, als wenn ich überfahren würde. Ich fahre zu euren Destinationen, steige aus, begrüße euch, wir fahren vielleicht gemeinsam irgendwo hin, so in die Richtung, soll das Ganze dann ablaufen und einfach so ein bisschen Chili-Vanili. Ja, gut, so weit dazu alles. Das letzte Bild ist übrigens die Schokolade, die ich meiner Tochter mitgebracht habe, also diesmal habe ich die nicht im Flugzeug genascht, sondern habe die, es war zum Glück auch nicht so heiß, aufbewahrt, mit nach Hause genommen und die Kleine durfte die dann essen, die hat sich natürlich sehr gefreut über die Schokolade und auch über den Schelden. Von dem reiche ich noch ein Bild nach, aber die kennt ihr bestimmt. Die gibt es als Umstülp-Oktopusis, aber der Oktopus, der ist so klein, den kann man gar nicht umstülpen und er lacht halt. Das ist einfach so ein kleiner, süßer Oktopus, mit dem sie gerne spielt, mit dem Schelden. Das kann sie sogar richtig sagen, Schelden, aber sie sagt es halt süß. Schelden. So ungefähr. Ich möchte hier nochmal ein ganz, ganz riesiges Dankeschön natürlich an East Bottle selbst aussprechen, an die ganzen Köpfe dort, die das alles möglich gemacht haben. Für mich natürlich ganz vorne mit dabei, Teepster, du hast das Ganze ja angesprochen, angespornt, und ja, es war einfach bombastisch. Auch unsere Interaktion war natürlich super, Teepster ist ein ultra cooler Kerl. Es hat so Spaß gemacht, sich zu unterhalten und ich habe mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Immerhin war ich ja ganz woanders und alle sprechen kein Deutsch, jeder spricht Englisch und da ist es einfach richtig sweet gewesen, dass man dann auch jemanden mit am Start hat, der einen eben auch versteht und einen so mitnimmt halt. Ich habe auch noch ein, zwei Bilder von der gesamten Crew, aber die wollte ich jetzt nicht reinpacken, weil ich nicht jeden Einzelnen gefragt habe, ob es in Ordnung ist mit Gesicht zeigen und hin und her und dirum larum. Deswegen habe ich die weggelassen. Ich kenne auch noch einige Namen natürlich, also Vornamen, aber ich habe jetzt trotzdem immer nur vom Chef von Teepster gesprochen und bei Teepster spreche auch immer von Teepster. Ich haue jetzt dann hier nicht irgendwie die Vornamen raus, weil ich nicht genau weiß, ob ich es darf, nur an der Stelle, also falls El Chefe von Teepster zuguckt, vielen Dank für alles. Ich weiß, dass er da ganz viel die Finger natürlich mit drin hatte, unter anderem eben auch alles bezahlt hat, den Flug, das Hotel und so weiter und so fort und Teepster und mir dann auch noch einen richtig schönen zweiten Tag dort in Stockholm bereitet hat und auch mit dem Essen und allem drum und dran. Wir waren bei ihm daheim, tipptopp, Kuss geht raus. Und natürlich, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, aber ich sage es ja auch noch mal, ein riesen Dankeschön an euch, an alle, die das jetzt hier gerade hören und auch an die, die es nicht hören, weil sie vielleicht keinen Bock haben auf so ein langes Video. Ist verständlich, ist es ja immer eine Stunde lang. Gut, kann man sich vielleicht einfach mal ein Leben bei anmachen und durchlaufen lassen, während man irgendwas daddelt. Vielen, vielen Dank an euch, an alle Bubbler und Bubblerinnen da draußen. Wir haben, oder ihr habt, wir haben gemeinsam die Sache so weit gebracht, dass mir dann wiederum sowas möglich gemacht wurde. So eine partnerschaftliche, geschäftliche Reise. Also herrlich. Ganz viele Küsse gehen natürlich raus. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream und hier auch an die ganz neuen Ja, ich war in Schweden. Mit Instaclip kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip. esse. Denn dann geh mit einer dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. What?